Musik Mit mir Zurech und einem Video zu News aus dem PC-Bereich. Ich bin hier auf 4players.de, der Link zu den News steht in der Videobeschreibung. Und zwar geht es darum, dass Steam seine Nutzungsvereinbarung geändert hat. Und zwar hat es sich nun nach dem EU-Recht eigentlich ein bisschen angepasst. Und zwar gibt es ja das allgemeine 14-tägige Rückgaberecht im Internet. Das heißt, ich kann mir bei Amazon alles kaufen, was ich will. Und kann es dann sogar kommentarlos wieder zurückschicken innerhalb von einer Frist von 14 Tagen. Und Steam hat das nun ebenfalls eingeführt in der Theorie. Und zwar steht in ihrem Nutzungsvertrag eigentlich nun, dass man eben das Recht hat, 14 Tage lang ein Spiel umzutauschen, kommentarlos. Ja, aber nicht so ganz. Denn Steam bzw. Valve ist da doch ein bisschen dreist. Und zwar ist es nun so, dass wenn man ein Spiel dann kaufen will, steht in dem Kaufenster am Ende, dass wenn man nun kaufen klickt, dass man sofort nun auf sein Widerrufsrecht verzichtet. Ja, und das ist dann halt wieder das, was ich da eigentlich habe, mein Recht. 14 Tage lang einen Kauf eben umzutauschen, wird bei diesem Kauf aber sofort mir wieder entzogen. Das heißt, es existiert eigentlich überhaupt nicht mein Recht, das ich habe. Und das ist wirklich ziemlich dreist. Denn es existiert also überhaupt nicht. Ich weiß eigentlich noch nicht mal, ob jetzt sowas wirklich, ich sag mal, rechtens ist oder nicht. Ja, da habe ich natürlich keine Ahnung. Es klingt natürlich schon sehr merkwürdig, aber gut. Ich würde mal gerne wissen, was eure Meinung dazu ist, denn ich finde das schon ziemlich dreist. Zwar natürlich kann man das sich so ein bisschen überlegen, denn gut, 14 Tage lang ein Spiel umtauschen zu können, kommentarlos, das ist natürlich auch ein bisschen krass. Ja, da muss man natürlich realistisch bleiben. Das sollte man natürlich nicht irgendwie fordern können, denn in 14 Tagen kann ich jedes Spiel durchspielen. Was ich mir kaufe und das ist natürlich schon ein bisschen dreist. Aber das hier von Steam selber jetzt, das ist natürlich auch schon irgendwie ein bisschen Rechtsdreherei. Aber gut, ich wollte mal eure Meinung hören dazu. Schreibt es einfach in den Kommentaren und von mir war es das. Bis dann und ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.